Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Ich kann jetzt bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören. Ich komme nach sechs Monaten aus Afrika zurück, nach sechs Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung, wie. Entschuldige, das ist Leo. Das ist der Knapppunkt. Und der Knapppunkt ist der, dass sie nicht die Art Frau ist, die der Prinz will. Der Prinz will eine Emilia, der will ein Bauernmädchen. Ein Mädchen, was vielleicht nicht sonderlich helle ist, aber schlicht und einfach. Und es wird sie nie sein können. Weil sie wird als Philosophin betrachtet. Und sie ist einfach auch durch ihre Position als Gräfin dazu gezwungen, sich so zu verhalten. Und sie ist einfach durch ihre Position als Gräfin dazu gezwungen. Und sie ist einfach durch ihre Position als Gräfin dazu gezwungen. Und sie ist einfach durch ihre Position als Gräfin dazu gezwungen. Untertitelung des ZDF, 2020